Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Impossible Creature. Eigentlich wollte ich es geschafft haben, aber die sind doch sowas von nervig, die Gegner. Kommt hierher. Können auch alle schwimmen. Müssen selber auch, das ist so. Du, mit hierher. Und jetzt? An die Arbeit. Hier auch mit hier runter. Komm mal, fünf. Vier. Die Kreaturen werden angegriffen. Ah, hier hat er was gebaut. Interessant. Ach, fünf. Hier runter an euch. Kommt hierher. Greift gleich mal mit an. Ja, die halten schon einiges aus, muss ich mal sagen. Machen natürlich auch ordentlich Schaden. Die Flying Spy natürlich nicht so sehr, aber die sollen mich ablecken. Vielen, vielen Dank. Wir dachten, wir würden unsere Leute nie wiedersehen. Bitte nehmen Sie das. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Oh Mann, ihr seid wirklich nett. Schildkröte. Gut. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Mein Gott. Gehen wir noch? Das ist gut. Was ist denn ihr passiert? Das lasse ich mir nicht bitten. Nicht mit mir. Du. Ich? Ja. Du bleibst ihr und findest heraus, was passiert ist. Hey, wo wollt ihr hin? Die blutrünstigen Wilden, die das getan haben, sind wahrscheinlich noch in der Nähe. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Blutrünstige Wilde? Sie sollten sich eher um mich Sorgen machen. Äh, ich will keinen Ärger. Dann sagen Sie mir, warum Velika Dorfbewohner entführt hat. Sie braucht sie für ihre Experimente mit der Sigma-Technologie. Das ist ja furchtbar. Die Sigma-Technologie kann bei Menschen doch überhaupt nicht angewandt werden. Lucy, ich habe langsam die Nase voll von Velika Lappet. Was haben Sie vor? Wir müssen ihre Aktivitäten hier stoppen. Wollen die Menschen nicht hier kümmern? Wenn wir uns jetzt nicht ein für alle Mal um sie kümmern, wird sie uns immer wieder in die Quere kommen, bis wir Julius ausfindig gemacht haben. Bereiten Sie das Labor vor. Wir greifen sie auf ihrem eigenen Terrain an. Gut, ja, hat ein bisschen gedauert, äh, die Mission durch die nervigen Ende. Aber wir machen mal weiter. Ja, die böse Himmelssechse. Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleich, ja. Von George Orwell. Äh, ja. Wir verfolgen sie weiter. Mal gucken, wie es geht. Auf die alpmodische Art und Weise. Aus dem Tagebuch von Rex Chans, 19. Juni 1937. Meine Ankunft auf diesen Inseln liegt jetzt eine Woche zurück. Es war bis jetzt nicht gerade ein Strandurlaub, aber ich halte mich ganz gut. Auf eine Art fühle ich mich lebendiger denn je. Unter Druck habe ich mich schon immer bewährt und die ständigen Kämpfe scheinen meine Sinne geschärft zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals so dynamisch und energiegeladen gefühlt zu haben. Zeit, sich auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren. Melika Lapet steht uns nun direkt im Weg. Wir werden wohl auf die altmodische Art vorgehen müssen, um sie aus dem Weg zu räumen. Seine Sinne sind gestärkt und geschärft. Das heißt vielleicht, hmmm, hat er noch eine neue Fähigkeit dazu gekommen, wo er letztens ja Regeneration bekommen hat? Rex Chans und seine kleine Schlampe werden mich sicher verfolgen. Ich werde ihnen diese beiden Brumbrüder auf den Alt schicken. Brumbrüder? Wir sind hier, Boss, wie sie befohlen haben. Wir kriegen einen Besuch. Bereitet eure Kreaturen auf einen Kampf vor. Ich schicke die Speer aus. Fliegt! Fliegt, meine Schönen! Fliegt! Hab ich schon mal gesagt, dass ich Kampfeinheit, äh, Flugeinheiten wasse? Soviel ich weiß, hat Melika auf dieser Insel ihren Stützpunkt errichtet. Gut, es wird Zeit, hier einen Besucher abzustatten und uns für ihre Gastfreundschaft zu bedanken. Okay, Zebras hab ich grad gesehen, aber die haben wir ja schon. Ah, da fliegt ein Adler rum. Den muss ich schnell kriegen. Verdammt, los, beeilich. Ich will den Adler haben. Los, geh raus. Rex, halten Sie diesen Vogel auf! Hallo, ich will den Adler haben. Gute Arbeit. Das war bestimmt einer von Velikas Spähern. Es wird eine Weile dauern, bis Sie feststellen, dass einer fehlt. Aber sie hat sicher mehr davon. Wir müssen den Stützpunkt errichten. Halten Sie Ausschau nach weiteren Spähern. Sobald Sie einen sehen, erledigen Sie ihn, bevor er Velika warnen kann. Okay, und wie? Halten Sie einfach mit dem Fallgewehr auf alles drauf, was fliegt. Und jetzt sollten wir den Stützpunkt errichten. Gib mir die Kontrolle. Was kann ich für Sie tun? Neues Ziel, Boss. Im Forschungszentrum stehen einige neue Technologien bereit. Das Fernglas erweitert den Sichtradius unserer Gehilfen. Und mit der Schultertrage können Sie mehr Kohle tragen. Okay. Hier, wo ist... Da, hat er. Okay, meistädlicher Adler. Haben wir jetzt, ne? Wir gucken mal, was es noch für Türchen gibt. Es gibt, ähm, Spähe dürfen nicht getarnt werden. Bonus-Ziel. In dir fährt Hammerhai, Komodowara, Nasson und Geparden. Also eine ganze Menge Zeug für uns. Hallo? In Ordnung. Hier, schon mal abbauen. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie du? Weiter. Hier. Sofort. Ja, kannst du jetzt momentan nicht bauen. Ich weiß. Warten wir kurz ab. Hallo? Ja, bau ab. Hm? Ich kümmere mich sofort darum. Ihr Gebäude ist fertig. So. Okay. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Wird sofort erledigt. Aber die habe ich ja gar nicht gesehen. Kein Problem. Mal gucken, ob das jetzt so öfter so ist. Da oben kommt wieder einer. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Oh Gott, das kann ja nervig werden. Ja? Hm? Das finde ich jetzt jedes Mal habe, wenn irgendwie einer entdeckt würde. Naja, viel Spaß. Das sollte kein Problem sein. So, Terratank. Stufe 2. Kann ich ja vorstellen. Nein, 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 nein. Ich muss Auge auf die Karte behalten. Und ich kann nicht groß rumgehen, weil ich Rex brauche jetzt momentan noch. Was kann ich für Sie tun? Da muss ich aufpassen. Also es gibt richtig viele Tiere zu holen hier. Ja, mal schauen. Hm? Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Ein neues Gebäude ist fertig. Was kann ich für Sie tun? Ich kümmere mich sofort darum. Wir machen immer noch nicht genug. Haben wir doch. So. Rex scheint zu Ihrem Dienstag. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Festung zurückgeht. Oh, Stützpunkt. Wir wissen es. Da kommt der Gäste. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Ja. Wir sind entdeckt worden, Rex. Verdammt, 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 verdammt. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Das von ihm gewünschte Gebäude ist fertig. An die Arbeit. Entwicklung für Stufe 2 ist abgeschlossen. Er kommt auf jeden Fall zu, mehrfach hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich kümmere gleichzeitig das Ziel. Bevor wir nicht Stufe 3 sind, um Firefighters zu produzieren, wird das anschauen. Ja, heilige Wissenschaft. Ja, ähm. Forschungszentrum. Zusätze abgeschlossen. Ähm. Ja, wir brauchen nur ein bisschen Strom. Wie kann ich Ihnen helfen? Das brauchen wir hier. Wir brauchen mal keinen Strom. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Okay. Wird sofort erledigt. Mein Gott. An die Arbeit. Der hat mir echt nicht seine Ruhe. Was wird das denn für eine Mission hier, bitteschön? Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. So, wir machen mal eine Wahl. Fertig. Wir sind entdeckt worden, Rex. Ja. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Wir kennen das Spiel zwischen der Zwischenzeit. Du brauchst uns nicht aufklären. Das ist nicht notwendig. Zusätze abgeschlossen. Und ich sehe, wenn hier jemand rotig kann. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Wie lange willst du das noch mit mir machen? So. Stufe 3. Und jetzt? Und jetzt? Strom bekommen wir jetzt. Kommt bestimmt gleich schon wieder einer. Und wir bekommen gleich wieder die Nahrung. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Schon erledigt. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Wir sind entdeckt worden, Rex. Erledigen Sie den Späher, bevor er zu Velikas Stützpunkt zurückkehrt. Wird sofort erledigt. Okay. Wird sofort erledigt. Okay. Los, 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 los. An die Arbeit. Ha. Wird sofort erledigt. Entwicklung für Stufe 3 ist abgeschlossen. Kein Problem. Nein, 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 schneller, schneller noch. An die Arbeit. Und jetzt können wir, was? Ach, wir müssen einen Aquatank machen, stimmt ja. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Rex Chance zu Ihren Diensten. Wo ist er denn? Das hat Hand und Fuß. Wo ist er denn schon wieder? Fertig, Boss. Ich gehe halt. Dann nehme ich ihn ein von denen. Wassertank. In Ordnung. Ja? Ich kümmere mich sofort darum. Und jetzt? Toll, wie Sie Velikas Späher ausgewichen sind. Jetzt haben wir leichtes Spiel mit ihr. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Jetzt wollte ich Wasser-Tanks bauen. Oder Firefighter ist er gesagt. Ah, Monsieur Chance. Bringen Sie mir Geschenke? Ich habe einige Dutzend zusammengesetzte Kreaturen dabei, die ich Ihnen gern vorstellen würde. Oh, Männer. Immer gleich so aggressiv. Es braucht mehr als ein paar wilde Tiere, um nicht zu zähmen. Humphrey, Foxy, greift euch diesen Kretin. Geht klar, Mrs. Lappet. Mein Bruder und ich werden diesen Mr. Chance eine Lektion erteilen. Genau. Wir werden es ihm zeigen. Okay, einer hat Flugeinheiten, der andere schnelle Landeinheiten mit Giftfröche. Es gibt neue Ziele, Boss. Heilige Wissenschaft. So, wir brauchen ein paar Türme. Wo ist es denn? Turm. Hier. Gegen Flugeinheiten. Ganz praktisch. Machen wir... Das sollte kein Problem sein. Zwei hiervon. Und dann brauchen wir... Machen wir noch zwei hiervon. Ich kümmere mich sofort darum. Fertig. So, was für Bonusziele haben wir denn jetzt dazu... Oder was für Ziele an sich haben wir dazu bekommen? Äh, zerstören sie die jeweiligen Stützpunkte. Das sollte nicht so problematisch sein. Und hier oben scheint noch irgendwas zu sein. Kein Problem. Nicht, was gäbe es hier? Okay. Ja, darum ist Bonus. Die Liga für ein Zwischenlager. Ihr Gebäude ist fertig. Gut. Und wir... Warum habe ich gerade so eine Art Sirene oder so gehört? Panikmacherei hier alles. Fertig, Boss. Gut. Du baust ein Forschungszentrum. Äh, hierhin, bitteschön. Sie sind der Boss. Ja, ich bin der Boss. Wext Chance zu ihren Diensten. Ich weiß. Wird sofort erledigt. Das von ihm gewünschte Gebäude ist fertig. So, meine Null. Wo kommt sie hin? Okay. Kann man hierher gehen. Vielleicht findet sich noch was in der Ecke. Meinetwegen noch mal kurz die Aufwertung machen. Ach so. Das sind Luftabwehr-Türme. Ich sollte komische Geräusche von sich geben. So, Stufe 4. Im Baugröder. Ein neues Gebäude ist fertig. Fertig. Das hat Hand und Fuß. Zusätze abgeschlossen. Kein Problem. Das neue Gebäude steht. Das hat Hand und Fuß. Gehen wir mal hier lang. Fertig war es. In Ordnung. Das haben wir noch. Ja, rechtlich. So, dann. Schulterträger. Damit wir mehr tragen können. Das von ihm gewünschte Gebäude ist fertig. Und sie ist fertig. Wie kann ich ihnen helfen? Dann können wir hier noch mal ein, ja. Sofort. Luft-Einheiten in einen Tank bauen. Vierte Stufe haben wir auch gleich. Wäre noch unweigerlich in die fünfte Stufe. Entwicklung für Stufe 4 ist abgeschlossen. So. Fertig mit Entwicklung. Wird jetzt viele Ressourcen verbraucht haben nochmal. An die Arbeit. Ein neues Gebäude ist fertig. Kein Problem. Erstmal. An die Arbeit. Das hat Hand und Fuß. Hm, ja. Ist fertig, hat sie gesagt. Dann können sie hier nochmal ein Zwischenlager bauen. Das sollte kein Problem sein. Oh, dann bauen wir noch gleich nach der Entwicklungsstufe 5 paar neue Gehilfen. Und dann haben wir so viele Rohstoffe. Ich sag euch, so viele Rohstoffe bekommen wir dann, dass wir den ganzen, ja, Mond damit vollstopfen können oder was. Ja, war jetzt nicht gerade ein sinnvoller Vergleich, aber ich sag euch, wir kriegen viele Rohstoffe. Das kann ich euch jetzt schon mal, ja, beichten. Gut. Gut, die alle rackern sich hier ab. Komm, noch ein bisschen. Ich will es noch machen jetzt. Entwicklung für Stufe 5 ist abgeschlossen. Stufe 5 haben wir. Und jetzt machen wir noch 4, 5 Gehilfen. Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Hab ich jetzt die 5 gedrückt? 5. So. Meinetwegen. Sie sich drum kümmern. Ah, Gorilla. Haben wir schon. Gut, ähm, das war's für heute. Schön, dass wir die Mission nochmal anfangen konnten, wo ja letztes Mal so ein bisschen ärgerlich war. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.